Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Tim, das erste Mal in der Verbandsliga-Geschichte eures Vereins Meister. Das letzte Mal seid ihr als Zweiter aufgestiegen. Wie sind die Emotionen? Supergeil, wir freuen uns riesig. Anfang der Saison jetzt. Ich denke, man hat es gerade eben gesehen, es war riesen affengeil, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Anfang der Saison hätte überhaupt keiner damit gerechnet. Wir sind aber ein richtig starkes Team, sind richtig eng zusammengewachsen. Jeder kämpft für den anderen. Und das hat man auch heute wieder gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit. Jeder ist für jeden gerannt in die Zweikämpfe gegangen. Es war einfach richtig, richtig stark. Und wir freuen uns echt riesig. Wie war der Weg durch diese Saison? Ich denke, wir haben es eigentlich die ganze Saison schon ganz gut gemacht. Wir waren immer souverän da vorne mitgestanden. Klar, man hat immer wieder ein, zwei Rückschläge gehabt. Aber das gehört einfach mit dazu. Wir haben uns wieder aufgerichtet und haben wieder eine richtig starke Mannschaftsleistung gebracht. Ich habe es schon gesagt, die Mannschaft ist richtig gut zusammengewachsen. Wir sind eine Einheit und das ist der entscheidende Faktor. Und es ist einfach super, macht Spaß in der Mannschaft. Denkt ihr schon über die Oberliga nach oder ist man erstmal mit dem Feiern beschäftigt? Jetzt zählt erstmal noch die Emotion, die Feier. Wir geben richtig Gas. Unser Johnny hat gerade beim Humba schon anklingen lassen. Jetzt geht es ins Garci-Stadion und nach Reutlingen. Da werden wir uns alle riesig freuen. Aber wir haben natürlich noch zwei Spiele. Da wollen wir nochmal richtig Vollgas geben und am besten nochmal sechs Punkte mitnehmen. Kurze Frage zu deiner persönlichen Zukunft. Wie geht es für dich weiter? Bleibst du dem FC Germania Friedrichsdahl erhalten? Ich bin ja schon viele Jahre hier beim FC Germania Friedrichsdahl. Es ist hier eine richtig gute Familie. Das Umfeld passt. Ich fühle mich wohl. Die Mannschaft bleibt weitgehend auch zusammen. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich dem Verein auch treu bleibe und noch ein weiteres Jahr hier beim FCG bleibe. Vielen Dank für das Interview. Das nächste Spiel beginnt. Wir müssen aufhören. Und viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de